Moment, ich will es anzünden! Geh weg! Totes! Du weißt schon, dass es explodiert, oder? Ja, das weiß ich! Hallo! Geile Anzeige! Ich bin im Internet! Hallo! Ich bin im Internet! Hallo! Ich bin im Internet! Und ich spiele jetzt Last Team Standing für euch! Und ich bin auch dabei! Ich bin auch im Internet! Ich bin auch jetzt im Internet! Ich bin auch im Internet! Wir sind auch im Internet! Wir sind alle Internet! Leute! Wir sind im Internet! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Team Standing mit den verrückten Boys von... Also ich spiele heute wieder mit den zwei Lukassen von Goldblock und Pixel Battle! Party! Ich hab dich lieb! Und ich dich nicht! Ich hasse dich gewickt! Okay! Ähm... Ich muss jetzt erstmal... Das hat sich jemand runtergegraben worden! Jetzt muss ich erstmal das Bild finden, wo unsere Koordinaten von zu Hause stehen! Okay! Jetzt muss ich wieder runter! Ähm... Alles nur wegen Lukas letzte Folge! Hey, Moment mal! Hier ist ein Abgang! Aber ich geh da jetzt nicht runter! Wo sind denn... Bitteschön! Ah, hier! Ah, ich bin fast gestorben! Okay! Okay! Los geht's! Mäh! Ah ja! Wir haben ja auch diesmal sogar ein cooles Gesprächsthema! Genau! Wir haben ein Thema, das jetzt der Pixel anschneiden wird! Genau! Schneide bitte an! Okay! Ich möchte mir nämlich nicht die Finger verletzen! Ähm... Das Thema, was nach dem Projekt passieren könnte! Und wie es jetzt demnächst enden wird! Äh... Ja! Also... Das hab ich schon in meinen letzten Folgen geguckt! Also schaut euch die einfach an! Doch! Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch die Klicks! Achso! Ja stimmt, du hast es ja schon gesagt! Aber für unsere Leute noch, weil ich hab's nämlich nicht angesprochen! Ähm... Es leben ja von unserer Stadt noch alle! Und es ist ja so, wenn wir jetzt noch den einen, ähm, aus Stadtblau, ähm, killen! Und noch Stadtgrün auslöschen! Was wir jetzt mal vorhaben, so! Ähm... Dann ist das Projekt ja schließlich zu Ende! Und dann muss ja auch irgendein Nachfolger kommen! Genau! Da werden wir noch gucken, was da alles so kommt! Aber der... Ähm... Pixel! Der hat ja schon was in Planung! Stimmt! Nö! Der ist ja ganz gescheiter! Kluger Bob! Ich hab was in Planung! Ja, genau! Du hast was in Planung! Das ist ein Projekt! Und ich weiß selber noch gar nichts davon! Ne? Okay! Dann erklär ich euch das mal! Okay! Okay! Gut! Machst du das! Es gibt doch noch ein Spiel! Das hält sich Minecraft! Ja! Und das... Ich hab... Ich hab sogar gehört, das mit Blöcken und so! Felt gut anwechselt! Alter so! Und... Da gibt's Blöcke! Hm? Alter so! Und... Ja! Nein, das ist Spaß! Äh... Es wird wahrscheinlich... Äh... Ja! Zwei Teams geben! Mhm! Könnt ihr euch dann halt aussuchen! Wahrscheinlich fünf Teams! Äh... Oder auch mehr! Wir haben uns erstmal auf fünf Teams angesetzt! Mal gucken! Und... Ja! Der Server ist nur an bestimmten Tagen online, die wir immer gemeinsam raussuchen! Damit wirklich alle auf dem Server online sind! Nicht so wie jetzt hier! Das ist einer! So wie Pumms wirklich immer! So wie jetzt grad schon wieder! Alleine! Um... Um ein Uhr aufnimmt! Ja Leute! Youtubers oder so! Hallo! Ich hab kein... Ähm... Real Life! Äh... Was ich den ganzen Tag nur tue ist Longboard fahren! Ich steh um eins auf! Fahr dann den ganzen Tag lang Longboard! Und nehm jetzt am Abend auf! Ist so! Ja! Einmal in der Woche für uns Zeit hätte! Ja! Genau! Er hat einfach keine Zeit für uns! Bist du? Ich bin so richtig enttäuscht von diesem Typen! Ja! Ich muss sagen ich bin auch voll enttäuscht von dir! Ich muss sagen... Von mir? Ja! Weil ich bin so richtig enttäuscht von dir! Weil ich mir dachte so... Ja! Der Pixel Battle der ist sicher richtig cool und so! Und ne! Aber in Wirklichkeit Leute! Er ist so ein richtig arroganter YouTuber! Ja! Was bist du? Ja! Wenn ihn Leute ansch... Wenn ihn Leute anschreiben auf Gomme HD oder so! Dann schreibt er so... Haltet eure Fresse! Genau! Ja! So ist es! Äh! Ich bin auch für den, weil ich äh... Bei äh... Logo Media TV, den ihr keiner kennt! Das ist der General von Ego Tactics! Äh! Im Video war! Also... Bin ich voll fame! Hey! Haben wir noch ne Kuh unten? Ne! Also eine lebt hier noch! Ja! Und ja äh... Ich hab Kühe gefunden! Ganz viele! Ich hab hier... Eine vor uns im Haus! Eins, zwei, drei, vier! Ja! Es spawnen immer wieder vor uns im Haus Kühe! Aber immer dann, wenn ich aufnehmen möchte alleine und irgendwas mit Kühen brauche ist keine da! Was denn? Äh... Einen Seed! Einen Weizen! Einen Weizen! Und... Ja, äh... Es wird dann halt immer so zwei Teams geben! Der Server wird dann halt nur an bestimmten Tagen online sein! Äh... An dem wir dann versuchen wirklich alles zusammen zu bekommen! Damit es die volle Pay-Per-Pay-Action gibt! Von Art Baro! Das ist jetzt übrigens auch zu Ende! Ja! Ähm... Team Paluten hat gewonnen! Ich kann einfach nur sagen... Ja! Ja Palufel! Ja scheiße! Was hab ich jetzt gesagt? Ja Palufel hat gewonnen! Ähm... Nach dem Team ungetadelt war ich sowieso für Team Palufel! Ich wusste gar nicht auf wem! Ich war zuerst für Broken Thumbs und zu Schluss war ich dann auch für Palufel! Ja weil wo die One haben ne? Da war es auch dann dafür ne? Nein! Bisschen vorher schon! Ah! Du hast erst die vorletzte Folge geguckt und dann... Ja genau! Nee die vorvorvorletzte! Ah ok gut! Und ja äh... Es gibt so ne Map! Wow! Ja! Ne nicht ne Map oder? Doch! Ne! Tut mir leid aber es geht nicht anders! Mann! Äh... Auf der wir dann halt spielen! Ok! Jetzt läuft's! Ja lo! Ich spiele auf ne Map! Was wollt ihr mehr? Ja stimmt eigentlich! Also bisher für mich ist das beste Projekt! Ich hab mir jetzt auch schon hier ein kleines Häuschen eingerichtet! Ich brauch Holz! Ich kann das jetzt nicht erklären ey! Nein! Tut mir echt leid! Und äh... Zweier Team da! Ich glaub es hatte ich schon! Dankeschön! 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 Ähm... Dankeschön! 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 Eigentlich war das hier oder? Ja eh! Also eigentlich war es ja so! Äh... Jonas, Luca und ich hatten halt Bock auf so ein Projekt! Äh... Dann hat Luca das alles so ein bisschen in die Hand genommen! Und... Und Jonas und mir, also Crafty On, hat das ganze nicht so gefallen! Und dann haben wir gedacht, ja machen wir erstmal unser eigenes Projekt! Da das aber ein bisschen gedauert hat, bin ich dadurch erstmal hier in LTS reingekommen! Ja! Was ja bald zu Ende sein wird! Er wollte auch Fame werden, weil da hier die ganzen Fame Leute mitspielen! Ja genau! Weil hier dieser, äh... Da seht ihr ja dieser Bumsdoggy! Äh... Ich hab ja gehört, das ist voll hochgepushter Hurensohn! Ja! Ja! Hör doch auf Junge! Äh... Und da hab ich dann halt gehört, ja da musst du dann halt in das Projekt reingehen! Und jetzt bin ich hier drinnen! Mhm! Jetzt bin ich Fan! Also geile Story, muss ich schon sagen! Ja! Ich auch! Wenn ich jetzt dann ein Pferd hab, dann bin ich einfach der King! Das versuche ich in der Folge jetzt noch zu ähm... reißen! Ich hätte dann auch recht gerne ein Diamantschwert von dir! Ähm... Wenn sich das ausgeht... Achso! Ich hab sowieso zwei Diamantschwerte dabei, kann ich dir gerne eins geben! Bitte! Vielleicht auch noch eins auf Schärfe 2? Äh... Ich hab eins auf Schärfe 1 und eins auf Schärfe 1 und halbbar 1! Leute! Kommt mal bitte her! Oder GoldblockTV! Lukas, bitte! Ja, warum geht das denn hier nicht? Lukas! Was denn? Ähm... Ich muss hier hoch... Ah! Hast du Holz? Ich will, dass das hier so abgetrennt ist praktisch! Nein, ich hab keins mehr! Das ist alles du! So, Leute! Wir sind gleich zu Hause! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Ich seh schon den Namen! O-M-G! Wir haben einfach den Boss-Loot gemacht und das in zwei Folgen! Aber warum geht das denn hier nicht? So! Das sind wir auch schon... Egi, was das denn für ein Häuschen hier? Äh... Ne, es sieht ehrlich gesagt, es sieht geil aus! Ich muss sagen... Hier ruht Zocker-LP! Thomas! Thomas! Thomas hier! Hier! Ich bin nicht wieder zu sehen! Nein! Wenn du mich tötest, ne? Ich sag's dir! Wie viel Damage hast du jetzt bekommen? Ähm... Ich hab noch zwei, vier Herzen! Boah! Aber ich weiß jetzt nicht, wo unser Eingang von der Höhle ist! Ach so, hier! Hier! Äh... Hast du Holz mitgebracht? Ähm... Ne! Ich hab gar kein Holz! Scheiße! Oder doch! Warte! Hier! Ein bisschen! Zack! Ich bräuchte jetzt... Ich bräuchte jetzt... Ich bräuchte jetzt... Diamanten! Ich bräuchte jetzt... Ich bräuchte jetzt... Ich hab mich Bock, einen zu töten! Schau jetzt... Jetzt sind sie alle hier, die Beutegeier! Äh... Loll! Dankeschön! Ähm... Hier! Manu! Ich bräuchte jetzt! Pixel, du bekommst das hier! Das hat sogar Haltbarkeit oben! Oh! Und du bekommst sogar... 30 Ruhefleine... Schweinefleisch! Äh... Fleine! Wisst du warum? Dann hab ich jetzt nämlich ein Diamantschwert durch Schärfe 3! Ich hab auch einen Diamantschärfe 3! Ich hab auch einen Diamantschärfe 3! Was ist hier los? Was ist mit Manframes los? Äh... Wird's meins auch noch haben! Mein Diamantschwert wird Schärfe 1! Bitte! Hm... Danke! Thomas? Hast du Halt? Nein, hast du nicht! Nee! So! Äh... Geil! Äh... So muss ich das! Ich hab keine Level! Würde ich sagen... Ja, keine Level! Hm... So... Ich weiß nicht! Ich stelle jetzt was Cooleres vor mein Haus auf! So! Hier würde ich dann heruntergehen! So, sie trage mich wieder nach! Ein bisschen Farb-Akzente! Hey, komm mal raus! Wie sieht das aus? Wer denn? Hier, ich hab hier ein bisschen Farb-Akzente! Ey, wir nehmen schon wieder 10 Minuten auf! Okay, seit 10 Minuten! Gut! Dann kann ich jetzt noch vielleicht ein Pferd suchen! Äh... Okay, ich guck mal! Ich guck mal! Äh... Leute, wollen wir vielleicht mal die ganzen Kisten irgendwie auf uns sichern? Ähm... Das sind alles meine Kisten! Guck mal! Ich will irgendwie schon, dass wir so gemeinsam... Leute! Komm mal raus! Ich hab hier ein bisschen Rot reingebracht! Ciao! Okay, ich... Ich guck mal! Vielleicht sollte man hier nicht mit Feuer spielen! Okay, Moment! Moment! Ich will es anzünden! Geh weg! Totes... Alter! Du weißt schon, dass das explodiert, oder? Ja, das weiß ich! Oh nein! Ah! Junger, du weißt! Ja! Ich hab es genau dann angezündet und dann bist du reingerannt! Oh Spaß! Oh man! Das ist mein CNC! Das ist mein CNC! Zack! Wenn du das machst, ne? Dann wirst du sterben! Okay! So! Werde jetzt? Warte, ich schmeiß die hier mal... Achtung! Creeper! Alte! Ja! Was war denn? Das war ein Creeper, aber die machen ja hier sowieso keinen Schaden! Finde ich zwar ein bisschen Kacke! Äh, dass das CNC weg war! Aber... Ähm... Genau! Was wollte ich machen? Ich habe hier noch... Stärke, 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 Schutz, Schärfe... Ja, ich weiß nicht! Boomstocki, das war ein bisschen dumm von dir! Wir hätten uns vielleicht... Naja, ich weiß nicht! Habt ihr Eisen für mich? Level? Ich will... Ich hab grad mal... Ich guck mal! Ich kann dir Eisen geben! Jetzt brauche ich ja eigentlich nicht so viel Eisen! Ich hab grad mal ein Schärfe 2 Schwert! Hallo? Ähm, Pixel... Ähm, Boomstocki, ich bräuchte auch wieder ein bisschen Eisen! Ich muss nämlich... Ich hab 29 Eisen! Ich geb euch mal hier... So viel, wer's bekommt, der bekommt's! Okay! Und dann geb ich euch noch 7! 7 behalte ich dann! Und danke, dass du die Fackel abgebaut hast! Ich setze! Jetzt setze ich wieder! Und hier, da liegt sie noch! Bitteschön! Gut, dankeschön fürs TNT! Okay! Es war einfach zu viel! So! Dann, ähm, was möchte ich jetzt noch tun? Genau! Ich such mir jetzt ein Pferd! Und dann, ähm, wohnt hier drin mein Pferd! Wo? Wo? Lass das bitte! Ähm, hier bei mir! Ne, ich möchte... Ich möchte das nicht! Mach deine Rüstung kaputt! Ähm, wenn ich möchte, dann bist du gleich tot! Aua! Fies, okay, fies! Ich tu alles, was du willst! Ja, hoffe ich! Also geh raus, sonst bekommst du Upload-Sperre! Und ich wahrscheinlich auch, weil ich dich dann getötet hab! Nein, bekommst du nicht! Ich werde dich... Achso, ja dann! Ich... Okay, Leute! Ich such jetzt ein paar Pferde! Das ist jetzt mein Ziel! Alter, wenn ich dann ein Pferd hab, Alter! Dann komm ich angeritten wieder! Das ist ein Pferd! Das ist ein Pferd! Nein, das ist ein Esel! Oh mein Gott! Ich möchte einen Esel haben! Aber bitte töte ihn nicht! Bitte, bitte töte ihn nicht! Bitte nicht! Bitte töte ihn nicht! Ein Hit noch, dann ist der wirklich tot! Also bitte töte ihn nicht! Ich möchte wirklich einen Esel haben! Du kannst den Weizen oder Äpfel füttern! Okay! Ich reite ihn jetzt! Tschüss! Er hat einen Hit bekommen! Von irgendjemandem! Aua! Er hat nicht mehr viel Leben! Ich seh's auch wenn ich... Ich bin auch eher auf ihm oben! Schnell! Komm! Ich... Alter! Passt auf hier! Geht weg hier von mir! Bitte geht weg! Sonst hab ich Angst! Geht weg! Nein! Ich werde die ganze Zeit geschlagen! Nein! Er hat noch ein Herz! Ein Herz! Ein Herz! Ein Herz! Bitte, Leute! Beschütz ihn! Wer war das? Wer war das? Das war das Skeleton! Du dummer Stück Scheiße! Komm her! Jetzt bring ich dich um! Das... Hallo! Also ich hab mir viel Herz! Mann! Mann! Es ist tot! Ich such mir jetzt ein neues! Oh Mann! Ich hab mich jetzt echt gefreut, dass ich einen Esel hab! Oh Mann! Mann! Wie viele Minuten nehmen wir denn schon auf? Ich weiß es nicht! Ich hab nur 3 Herzen! Ja! 13! Also 14 Herzen! Ungefähr! Okay, gut Leute! Dann haben wir jetzt ja noch 2 Minuten oder so! Würde ich sagen! Wir müssen auch irgendwie mal was cooles machen in diesem Projekt! Wir haben noch nichts cooles gemacht! Ja! Ich wollte mir jetzt ein Pferd sehen! Das wäre ultra cool gewesen! Aber nein! Oh Mann! Da kann ich mich jetzt noch an die erste Folge mit Goldblock erinnern! Weil ich hier gerade so einen Erdblock sehe! Da wo ich mich eingebaut habe! Weil ich fast wegen einem Skelett gestorben wäre! Das waren noch die alten Zeiten! Ich weiß, wie ich noch 5 Pferden habe! Wer auch immer mein Pferd getötet hat! Leute! Wir haben Kühe! Ich weiß! Aber ich möchte jetzt Pferde haben! Keine Kühe mehr! Und jetzt finde ich wahrscheinlich kein Pferd! Und dann ist irgendwann eins vor unserer Haustür! Ah, ist doch alles gut, Lukas! Also die eigentlich nur wechseln wieder! Wir müssen zuerst mal 4 oder 5 oder so von denen haben! Das wird jetzt mit den 10 gar nichts! Wir brauchen hier aber auch mal einen größeren Stall! Guck mal! Ich bin hier immer noch bei! Und ich schaffe es einfach nicht hier! So! Tot! Okay! Pam! Ich nehme mir jetzt für den Rest der Folge was vor! Ja! Und was? Die machen mir einfach gar keinen Schaden! Geil! 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 Okay! Aber das hier! Also ich finde das geil was Lukas da gebaut hat! Da oben! Also ich finde das sieht echt geil aus! Muss ich sagen! Danke! 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 Ich fühle mich als Höhlenmensch natürlich sehr sehr wohl hier! Deswegen möchte ich... Ich bin der einzige, der kein Haus in der Höhle hat! Wisst ihr das? Deswegen möchte ich hier drin wohnen! Wisst ihr ehrlich, dass ich der einzige bin, der ein Haus hier vorne hat? Ja du bist ja auch unnormal! Ich bin auch ein Bär! Eigentlich müsste ich auch in der Höhle wohnen! So! Ähm! Die Knochen packe ich mal hier rein! Das hier auch! Das brauche ich jetzt alles nicht! Das hier packe ich rein! Das hier packe ich rein! Ähm! Genau! Hier habe ich noch einen Zaubertisch! Denn! Ich habe gesehen! Mein Zaubertisch hier ist einfach weg! Den muss ich hier wieder platzieren! Nein! Der ist doch da! Nein! Das ist meiner! Er ist weg auf einmal! Er war auf einmal weg! Nein! Er ist hier! Okay! Hier geht es ja rum! Wisst ihr was? Den Zaubertisch hier! Ich schenke ihn euch! Dann habe ich meine... Ich möchte nämlich dann nicht immer noch... Ja! Ich habe es gesehen! Ähm! Ich glaube! Ich dachte ihr habt den in eurer Folge selbst gebaut! Aber dass ihr ihn einfach von mir glaubt! Das hätte ich jetzt nicht von euch gedacht! Nein! Wir haben das überhaupt schon gebaut! Oder Lukas? Ah ne! War ich mit Schnorres! So! Bücher habe ich welche mitgenommen! Denk schon! Also mit Lukas würde ich ja niemand aufnehmen! Ja! Ich auch nicht! Das ist ein richtiger Unmensch! Viel zu arrogant der Typ! Also ich habe äh... 57... 52 Bücher! Okay! Level 1! Du müsst ja auch passen mal mit den Betten ne! Weil ich würde die ganz gerne einmal irgendwie abbauen so! Du bist im Horst! Ja! Es ist doch gerade Nacht ne! Hier! Warum geht das? Weil die Betten schwebt! Schärfe! Okay! Und Bombsorgel bist du auch ein Idiot! Wieso denn? Weil da unten ein Verzauberungstisch ist! Ja! Aber das hier ist mein Verzauberungstisch! Den... Den anderen schenke ich euch! Nein! Lass ihn! Lass ihn! Was machst du denn hier drin? Ja! Ich mach das schöner! Aber das ist mein Wohnzimmer! Das möchtest du nicht! Geh weg! Das mach ich selber schöner! Geh weg! Ich bin doch jetzt... Ich bin doch jetzt dein... Okay gut! Das kannst du noch machen! Und dann... wohne ich alleine in meinem Haus! Wir... Wir haben ne Doppelhaushälfte! Okay? Das geht nicht einfach so! Gut! Dann stelle ich die Werkbank mal hier hin! Dann mach ich... Ah! Wieso? Ich wollte doch einen Amboss! Wo ist jetzt überhaupt mein Amboss? So! Wehe! Du baust dir jetzt hier alles ab! Hier! Hier ist mein Amboss! Ey! Jetzt wollte ich hier alles ab! Guck mal! Geht gar nicht! So! Dann hier zack! Mein Amboss hin! Jetzt nimmt alles für sich selber! Geht gar nicht! Ähm... So! Das ist schon mal perfekt! Warum können wir den Amboss nicht benutzen? Das kostet doch gar nicht viel Eisen! Ihr müsst ja nur... Mir egal! Ich verwende ihn nicht trotzdem! Jo! Genau! Das... So geht das natürlich ja nicht! Ich beende jetzt! Okay! Sieben Level brauchen wir noch! Sieben Level! Brauche ich die mehr! Oh scheiße! Wir müssen die Folge beenden! Ich gehe jetzt sofort raus! Gut Leute! Ich hätte das Gefühl in Mori! Ich sage noch ganz schnell was! Am Ende der Folge! Und zwar... Ich sage tschau! Ich habe jetzt in der Folge nach Hause gefunden! Ich habe einen Sattel gefunden! Das heißt wir werden uns... Ähm... Hele Kappe! Das heißt... Okay Leute! Wenn ihr es seht! Wenn ich mit dem Pixel aufnehme, dann lässt er mich nie aussehen! Dann ist er wie so ein Kind, das zwei Jahre alt ist! Ich brauche drei... Deswegen... Deswegen schaut alle bei ihm vorbei! Und... Und zack... Und zack dem alle lieben Gruß vom... Vom Doggy! Er soll sich mal bumsen gehen! Lass alle ein Like da! Lass alle ein Like da kommen! Ja! Ich brauche mir so circa 30 Teufel! Ähm... Gut Leute! Ich meine... Und das ist ja gegen... Ja! Ja bitte macht das! So einen Moment Leute! Und jetzt... Wie ihr seht... So! Jetzt habe ich mich ganz kurz gemutet! Dass mir dann nicht die ganzen Leute immer reinlehnt! Damit ich eine schöne Endcard machen kann! Und zwar Leute! Wir haben in der Folge geschafft! Ähm... Was kommt... Eine komplette Base zu looten! Nach Hause zu kommen! Einen Sattel haben wir jetzt! Ähm... Leider ist unser Esel gestorben! Ähm... Ähm... Weil der liebe GoldblockTV... Nein! Weil der liebe Pixel Battle ihn ja töten musste! Aber gut! Was soll man machen, wenn man mit solchen... Mit solchen Kindeskämpfen aufnimmt! Ich liebe euch! Dann müsst ihr damit natürlich rechnen! Ähm... Wie ihr wahrscheinlich jetzt noch am Ende gesehen habt! Da habe ich ein Schärfe 3 Buch! Mir fehlen noch ein paar Level! Dann habe ich ein Schärfe 4 Dia Schwert! Eine komplette Dia Rüstung! Besser geht's doch nicht! Eine komplette Dia Rüstung! Ähm... Ähm... Schärfe 4 Schwert dann! Dann mache ich noch einen... Ähm... Stärke... Hey! Ja, Leute! Jetzt werde ich auch schon angestupst! Und bevor ich da noch zugesbein werde, sage ich Tschaußen! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Kommis würden mich auch immer sehr freuen! Ich würde sagen, das war's! Haut rein! Und das war eine Monster-Folge! Tschau! Tschau!